So. Es wäre schade, meine ganze Menschlichkeit. Ich habe was gehört und ich mag nicht, was ich gehört habe. Hm, ich mag ganz und gar nicht, was ich jetzt gerade gehört habe. Yo. Schatz. Nein. Oh, fuck. Ich vergesse immer wieder, dass diese Mistviecher mich auch backstabben können. Ich vergesse es jedes Mal. Beziehungsweise nicht backstabben, weil dass sie auch kontern können. Jedes Mal. Halt. Sag dich gerade auch. Oh. Das würde ja assoziieren, dass ich kontern kann. Haha. Der war gut. Der war köstlich. Haha. Ich kann kontern. Haha. Der war köstlich. Hahaha. So. Dann haben wir dich. Sehr schön. Hier vorne finden wir dann einen Schatz. Und einen großen, bösen Koloss. Das ist nicht gut. Die Spitzsacke ist zu klein für den. Scheiße. Hätte ich doch mal bloß gefarmt. Ach, egal. Hier finden wir einen Finstermond-Séance-Ring. Ich meine... Gewährt zusätzlich Zaubereislots. Sehr schön. Ja, kann man mitleben. Aha. Ja. 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 Oh, hi. Einmal heilen, bitte. Hahaha. Au. Okay. Der lebt noch. Ich bin erstaunt. Allerdings nicht positiv überrascht. Im Gegenteil. Sogar sehr negativ überrascht. Weil den wollte ich haben. Muss ich haben. Wie kommen wir denn hier lang? War abzusehen. Hier finden wir dann ein wunderfriedlicher Spaziergang. Aha. Au. 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 Und ab. Sehr schön. Ja, 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 ja. Hier ist nichts weiter. Ah. Das geht... Das... Das nehme ich zumindest an, das hier. Ach, ich weiß, wo wir sind. Okay. Okay. Ja, ich weiß, wo wir sind. Sehr schön. Du machst hier einen auf Pinwheel, mein Lieber. Nee. 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 Bumm. Ein Level fehlt. Ein einziges Level fehlt. Echt. Es fehlt ein Level. Das nervt gerade so ein bisschen. Weil wenn ein Level fehlt, dann fehlt mir ein Level. Und mit einem fehlenden Level kann ich getrost sagen, dass mir ein Level fehlt. Nein. Das würde heißen, dass ich die Viecher in einem Angriff weniger kaputt hauen könnte. Von mir fällt gerade ein. Okay, da ist meine Spitzhacke besser. Heyo. Oh, warte mal. Das Level kann ich mir holen. Das ist kein Problem. Autsch. Das tat sogar fast weh. Haha. Yo. Sehr schön. Ein Level, bitte. Danke. Danke. Geht doch. Jetzt dürften die Kerle einfach umfallen. Weil ich's kann. Richtig. Weil ich es kann. Niemand anderes. Ich kann es. Ach, ja. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Wenn man's schön sein lässt. 3, 4. Oh, und wie sich das verändert hat. What the fuck? Das habt ihr jetzt aber auch gerade gesehen, oder? Das habt ihr jetzt aber auch gerade gesehen und nicht nur ich, oder? Heilige Mutter. Ei, 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 ei. Wenn ich jetzt meine Menschlichkeit wieder kriegen würde, wäre alles gut. Aber ich glaube nicht. Doch, sie ist da wieder. Ja. Das ist mir jetzt echt gerade ein bisschen zu risky. Ugh. Jetzt irgendwas noch zu machen. Also, sorry. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr meine Menschlichkeit auspacken. Alter, was war das? Was? 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 Ich bin erstaunt. Noch mehr bin ich davon erstaunt, dass ich denen weniger Schaden mache. Als vorher. Warum? Warum mache ich denen jetzt so wenig Schaden auf einmal wieder? Hm. Jetzt bin ich gespannt. Ja, doch. Ich bin gerade echt verwirrt. Echt. Ich bin wirklich verwirrt gerade. Wie kann das denn sein? Haha. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Mann, Mann, Mann. Ein Dämonen-Titanit. Schick. Ein Titanit-Dämon. Dann holen wir uns den mal, den Großen. Ich weiß, dass ich verlieren werde gegen den, aber okay. Ja, wenigstens machte ich gut Schaden gegen den. Hui. Ich bin erstaunt. Der hat gut reingehauen. Hui. 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 Haha. Meine Magic hat das sowas von weg. Sowas von. So was von. Ich weiß es jetzt schon. Weil da komme ich definitiv nicht mehr Leben durch. Ei, 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 ei. Standen hier nicht Skelette vorher? Ich meine, hier standen Skelette vorher. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt gerade meine normale Keule ausgerüstet habe, die nicht heilig ist. Ich weiß es. Keine Sorge. Oh. Ihr seht aber nicht so aus, als ob ihr wieder aufstehen würdet, oder? Ich habe nichts gesagt. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich mag diese Bomben-Dinger nicht. Wie konntest du mich denn jetzt schon wieder parieren? Weißt du, was du kannst? Kann ich allemal. Stay down. Okay, ich hab kein Goldharz mehr. Umso besser. Umso besser. Scheiße. Ich hab so eine Scheiße heute vor. Ach. Okay. Na komm, Dicker. Dich haben wir schon lange nicht mehr gesehen, Titanit. Da wird es noch ein paar von dir geben. In sogar nicht allzu ferner Zeit. Ach, es ist doch ein Mäuse melken hier. Nächster Anlauf. Ich überlege gerade, wie wir das am besten jetzt machen könnten. Haben wir noch irgendwas anderes interessantes? Den Großhammer? Nein. Vielleicht. Wenn du es nicht auf die Kopf-durch-die-Wand-Art machen kannst, dann mach es halt auf die Kopf-durch-die-nicht-so-dolle-Wand-Wand-Art. Okay? Weil der Gute, der hat... ...auf jeden Fall was, was ich haben möchte. Auge des Todes. Ich wüsste zwar jetzt nicht, wofür ich das brauche, aber okay. Dauert es halt ein bisschen länger. Hä, bisschen ist gut. Kann der überhaupt bluten? Es scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Okay, jetzt bin ich angepisst. Jetzt bin ich auf dem Weg gestorben. Wunderbar. Wie schön. Es ist toll, wenn du in Stunlock rein... Ja, wenn man dich in Stunlock reinschmeißt und du nichts, aber auch gar nichts machen kannst. Ich könnte kotzen. Jetzt ernsthaft. Seht ihr? Diese beiden Dreckskerle haben mich erwischt. Das ist eine Genugtuung, dich sterben zu sehen. Könnt kotzen gerade. Und ich scheiße... Wo kommst du denn her? Ja. Okay. Und ich scheiße jetzt offenkundig darauf, dass ich hier noch was... Oh fuck. Habe. Dass ich hier noch einen Titanit-Dämon habe. Ich scheiße jetzt offenkundig drauf, weil der mir jetzt sowas von egal ist. Ja. Er ist mir sowas von egal jetzt. Ich werde jetzt einfach, weil ich es kann und weil ich... Weil es so ist, werde ich jetzt gleich direkten Schrittes zum nächsten Blacklight laufen. Blacklight. Genau. Nicht Black Knight, sondern Black Knight. Äh, Black Light. Und dann wieder rumfluchen, weil wieder einmal, so wie das zigtausendste Mal, seine dreckige Scheißwaffe nicht droppen wird. Und ich muss erwähnen... Ich muss ohne Mist erwähnen, dass die Waffe, die der gute Black Knight hier für mich zur Verfügung hat, genial ist. Für mein Bild halt. So. Hopp. Hopp. Wie ihr seht... Er trägt eine mörderische Axt. Wum. Hinab mit dir. Weil ganzen Menschlichkeiten sind dahin. Und du, Arschloch, droppst mir jetzt deine Axt. Natürlich nicht. Es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Pinwheels. Die wohl lästigsten Untoten im Spiel. Warum? Weil das so ist. Hä? Warum kann ich das nicht aufheben? Warum kann ich das hier nicht aufheben? Das interessiert mich auch nicht. So lästig, dass ich schon wieder sterbe. So. Oh. Alter. Au. Nee. Au und au. Au. Backe da das weh. Ich laufe jetzt gerade tatsächlicherweise auf ein Gebiet zu. Wo der nächste Boss dann auf uns lauert. Klack. Durch den Nebel streiten. Genau. Hier wartet auf uns dann ein Boss, der dann zum Glück... Auch mal was Leichtes ist. Was sehr Leichtes. Was? Oh mein Gott, ich bin ja Leicht in dieser Boss des Spiels. Leicht. Aber mit geilen Intro. Feuerrad. 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 Wie ihr seht, der Gute ist wirklich ein Witz. Von einem Boss. So, mal gucken, was für eine Maske ich bekomme. Maske des Vaters. Kunst des Entfachens. Jetzt können wir natürlich unsere Flaske auf plus vier aufwerten. Und wir bekommen... Die Maske des Vaters. Habe ich das nicht gesagt? Die Maske des Vaters ist cool. Man kann mehr tragen. Sehr schön. Und das war auch schon so der Boss. Was? Ja. Ich bin genervt. Ich bin offenkundig jetzt genervt. Deswegen gehe ich jetzt... Da ich das habe, was ich wollte... Zurück. Ich wollte mich tatsächlicherweise nur... Den Black Knight machen. Und hier das... Das weitere entfachen. Steige jetzt nochmal auf. Bin genervt. Warte mal. Hat sich das auch runtergelegt? Letztendlich. Ich hatte das doch schon auf... Hä? Komisch. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ja, ich bin offiziell verwirrt. Einen nehmen wir noch mit. Weil ich es kann. Und weil ich Lust drauf habe. Natürlich reicht es wieder mal nicht. Bach. So. 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 Nehmen wir noch eine Stärke mit. Sind wir auf... 15,5... 46. Bingo. Geht doch. Der Dämonenhammer. Ne tolle Waffe. Die wir auch vom Asyl-Dämon am Anfang bekommen hätten können. Ich werde sie demnächst... Na so ein bisschen nutzen. Vielleicht. Na gut. Bis dann. und auf. Ja. Ja. Bis dann. Bis dann. Los.